Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eigentlich sollte heute ein eigenes... Sprachenlernen Bubble Eigentlich sollte dieses Video gestern kommen und eigentlich sollte dieses Video ein anderes Video sein. So wollte ich sagen. Und zwar wollte ich eigentlich ein Unboxing machen von diesem Mikrofon, worüber ihr mich gerade hört. Und von meiner Helmhalterung, die ich mir für meinen Helm gekauft habe. Da erzähle ich später noch was zu für die GoPro. Aber irgendwie hat die GoPro nicht so Bock gehabt, die Daten richtig zu speichern oder so. Und dann waren die Daten weg. Und dann wollte ich sie gestern nochmal runterkopieren. Und dann sagt die GoPro, formatieren. Und dann... Alles weg. Brr. Na egal. Was kommt aber jetzt in diesem Video dran? Erstmal erzähle ich euch gleich... So was jetzt in dem Video kommt, aber stattdessen ist, dass ich gleich ein bisschen von meinem Silvester erzähle, was ich gemacht habe, pipapo. Und zeige euch ein paar Videos, die ich aufgenommen habe und auch Instagram hochgeladen hat. By the way, folgt mir auf Instagram. Steht hier irgendwie da oder da. Wahrscheinlich eher da, wenn ich dahin gezeigt habe. Und danach erzähle ich euch, was ich diesmal so vorhabe auf diesem YouTube-Kanal und überhaupt in meinem Leben. Bis gleich. So Leute, jetzt go. Genau, mein Silvester. Wie war das oder was habe ich gemacht? Ich war mit meinem Vater, bin ich losgefahren zu meinem Bruder nach Nordrstedt. Und dann haben wir Nordrstedt auseinandergenommen. Warte! Ey! Videos folgen jetzt, nebenbei, während ich rede oder nachdem ich geredet habe. Jetzt kommt ein Auto, Digga. Oh, 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 das ist ein bisschen nackt. Genau, aber wir haben nicht nur rumgebillert oder sonst was. Wir haben eigentlich gar nicht wirklich viel rumgebillert. Wir haben eher so Batterien und Raketen gezündet und solche Sachen. Dann haben wir Rakete gegessen. Das war eigentlich ganz okay. War halt jetzt nicht so, ist jetzt nicht so die Überidee oder das Überding für mich. Aber egal, war trotzdem entspannt die Runde mit meinem Bruder und seiner Freundin und meinem Vater. Ähm, genau, ich hatte ja diesen veganen Nudelsalat da mit. Der war auch soweit ganz okay. Aber der Faktor, den ich in dem Kochvideo oder in dem Video, wo ich es gemacht habe, schon erwähnt habe, dass ich keine Oliven mag, der hat sich bestätigt. Das war halt so ein Abschrecker. Nach einer Weile ging das, aber ich wollte nicht noch eine Portion essen. Also eine Portion danach war Ende. Ging nicht. Also ich würde, wenn ihr keine Oliven mögt, dann lasst die Oliven auf jeden Fall da raus. Das zu dem. Genau, dann sind wir rumgelaufen und gebillert. Und dann sind wir rumgelaufen. Das war's für heute. Das war eigentlich so unser Silvester, da kam noch ein Kollege von ihm dazu, der hatte noch dicke Raketen dabei gehabt, die haben noch gezündet, die waren auch sehr schön, Videos kommen jetzt. Ja und so haben wir eigentlich ins neue Jahr reingefeiert. Was ging eigentlich bei euch so Silvester? Wart ihr mit euren Kollegen, Freunden oder Familie unterwegs? Ja, willst du rein oder nicht? Dann nicht. Genau, was ging bei euch so Silvester? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, weiter gehts. Jo Leute, weiter gehts im Text. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der mir eigentlich wichtiger ist in diesem Video als der Teil, den ich eben... Oh, die Katze, Alter. Was ist los? Komm her! Komm her! Na, Mitteilungsbedürfnis? Dann nicht. Genau, der Teil ist mir viel wichtiger als der Teil davor in dem Video. Und zwar kommt jetzt das, was ich diesmal vorgenommen habe, Ziele an mich selber gerichtet habe. Die Katze lenkt mich grad ein bisschen ab. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ja, jetzt gibt es noch ein paar Katzenvideos zwischendurch. Also genau, jetzt der Teil, der mir wichtiger ist als der Teil davor in dem Video. Zum fünften Mal jetzt. Genau, also zum einen habe ich mir vorgenommen für mich selber und das hoffe ich, das kriege ich auch geschissen, dass ich jede Woche mindestens ein bis zwei Videos schaffe. Sprich vier bis acht Videos im Monat. Mit vier Monaten bin ich schon sehr zufrieden eigentlich. Das wäre schon eine gute Leistung für mich. Ähm, genau. Wie ich das mache, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also Videoinhalter und sowas. Die Filme noch ein bisschen. Weil ein, zwei Ideen habe ich schon mal. Die Katze könnte man schon mal auf jeden Fall verwenden. Immer mal wieder. Dann arbeite ich grad an einer Sache. Und zwar mache ich meinen Führerschein gerade. Fürs Moped fahren. Fürs Motorrad fahren. Und hab dem Tor auch irgendwie so in die Richtung Motorblocks was zu machen. Wenn ihr darauf Bock habt. Like das Video. Was mich auch interessieren würde. Ob ihr euch dafür interessieren würdet. Wenn ich noch mehr oder wenn ich mehr. Das habe ich auf jeden Fall vor für mich. Äh, Kochvideos machen. Und zwar über vegane Gerüchte. Äh, schreibt mal solche Sachen in die Kommentare. Ob ihr das sehen würdet. Sehen wollen würdet. Oder. Nicht. Genau. Das waren eigentlich so meine Dinge. Motorrad fahren. Kochen. Ja. Das war meine Liste eigentlich so. Genau. Also Leute. Ich hoffe. Ihr kommt damit klar. Dass nicht das Unboxing Video kam. Was ich euch versprochen hatte. Von diesem geilen Mikrofon. Worüber ihr mich hört. Ähm. Besonders stattdessen. Dieses Labervideo nur. Wo ich die Hälfte der Zeit voll abgelenkt war. Von meiner Katze. Weil die mich hier dumm anmaust. Und die ganze Zeit vor der Tür steht. Und dann raus will. Und dann doch nicht. Ja. Ich meine dich. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja. Däumchen wären Träumchen. Ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da. Das wären Träumchen. Ähm. Jetzt habe ich mich verlabert. Also wie gesagt Leute. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja. Däumchen wären Träumchen. Checkt meine Social Media Seiten aus. Besonders Instagram. Hier verlinkt. Jetzt hier. Nicht hier. Subscribe den Channel. Wenn ihr meine Videos nicht mehr verpassen wollt. Und im besten Fall. Äh. Aktiviert ihr auch die Glocke. Dann verpasst. Haut rein. Peace. Bis dann. Und frohes neues Jahr. Ciao.